hallo und willkommen zurück zu einsamen überlebenden maru mit maru ich bin maru ganz viel maru haben eine katze getroffen also noch mehr maru ja wir sind hungrig hier schießen krecker doch schon wieder eine ratte hat das gesehen hier das und die ratte fangen jetzt bin ich hier ja ja ihr wollt auch nur spielen schon wieder hunger seo aktuelle cheese content bitch he is that? ach komm diese schlechten wortwitze so sind wir da in die richtung gibt es nicht viel oh gott was ist hier el crab shack so oder? heidrang hmm spiegel gut zu wissen dass hier ein spiegel ist oh salat hmm kann man sich nicht verstecken ja komm 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 ah oh gott lauf lauf ich glaube ich esse so und ich krieg so ein hellstonicum hmm in der richtung ist auch nichts was ich hin könnte ist mir zu gefährlich ok also nehmen das eine tür wo es so irgendwo hingeht ah da war ich doch schon hm na die können da rum bobbeln wie sie wollen hm 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 ja brüll soviel du kannst ah da muss ich doch verstecken naja eispudding ah flackel flackel ff flair naja nicht ne flacke hm 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 wo kommen wir ja ich will die richtung laufen ja oh dunkel hier ah das ist die richtung wir müssen da also lang durch die mistviecher oh verdammt hm mhm gut 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 äh äh ich brauche auch Munition munition gib mir munition dunkel ich mag nicht dunkel Ich habe schon wieder Hunger. Squid on a stick. Ne, wir brauchen erstmal das sinnlose Essen. Ah, hab sie kombiniert. Bisschen besser als Nuschkäse. Ja, ja, ja. Wir brauchen Munition. Munition. Okay, da sonst rechts überall waren wir. Am Krankenhaus gibt es ja nichts. Die Mietekatze wollte auch nichts mehr zu frissen haben von uns. Der hat immer noch tot Glück gehabt. Hey Chuck, Hank. Hank in there. Wo sind die blauen Pillen? Hier, blaue Pille. Hank, blaue Pille. Munition. Yay. Hank, blaue Pille. Munition. Yay. Okay. Jetzt haben wir ammo. Ja. Okay, das schaffen wir jetzt. Dump-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Diese Fackeln habe ich eigentlich? Drei. Hm-mm. Ich gehe dafür aus, wenn ich nur einmal da... Oh, Schlaf. Schon wieder. Na gut. Dann schlafen wir jetzt. Aber wir holen uns vorher neue Pillen und machen nochmal Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee Hilft bestimmt Kurz raus, probieren, wie es Chuck geht Was ab, Chuck Ah, wurde das nicht Arsch Ich glaube, ich sollte jeden Tag einmal gießen Oh Wenn die Pillen-Typen nicht mit uns reden wollen Ah, ich habe vergessen, die Pillen zu holen Ah, jetzt bist du hungrig Wollen wir das neu pillen Pillen, 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 pillen So, wir sollen nicht hungrig erst schlafen gehen Also, essen wir Ramen Ah, es brennt Eine Ohne schlafen Tag 22 Ah, das habe ich gebraucht Mal geschrieben Immer sind wir zum Geil, okay Was tun wir hier? Ah, where at all happens Und Was hat der Derek? Er hat nichts Spezielles Hä? Nothing special, but I can surely trade Enquire often Achso Ah, ich habe keinen Katzen-Tanz-Musik So Ich koche noch etwas zu essen Was war denn Reispudding? Ja guck mal nach chuck hi chuck ja, was ist denn was für chuck wachs weiter chuck, wir brauchen nicht wasser und in den spiegel gucken hi, ich hasse spiegel ok jetzt wird abgesnackt hier bäm, 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 bäm bäm, 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 bäm bäm, bäm, bäm Pizzabell? hm, Vinyl hm, ich hab geliebt solche Dinger zu sammeln oh, ist geschlossen ich kann da nicht rein es sei denn I don't understand you, Scrober oh, du Arsch hm, er sucht irgendwas, ein Radio hm oh Gott komm her hm hm so da ok alles geschlossen gehen wir in den Gang her West Street hallo seltsam das passt hier irgendwie nicht hin Munition hier hey das ist irgendwie nichts dahinter in dem Fenster oh was ist für eine Explosion? hat hier ein Kampf stattgefunden hm irgendwas macht mir davon Angst ist das die Arbeit von Überlebenden? irgendeine Art Bus sie müssen hier gecrashed sein hm ich kann auch mal reingucken äh ich guck lieber erstmal draußen oben ok ich kann nicht draußen gucken halloo hm ich denke die Elektrik in dem Panel äh dann kann ich es ja aufmachen so jetzt brauche ich hier die Crowbar um es aufzumachen äh ok ich habe es offen und jetzt kann ich hier die ok äh jetzt kann ich eine Batterie da reinpacken alright Strom wieder an ah funktioniert jetzt danke ein Spiegel hallo ich kann sie sehen und wir zurück ich sehe ein Monster wo ist sie? sagt er macht er das Licht an was ist das für einsatzsamer Ort? ist das der Ende der Straße? was habe ich erwartet hier zu finden? ich weiß es nicht was ist das? was ist das? oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott es ist alles vorbei diesmal weiß ich sicher oh mein Gott oh mein Gott ah 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 Hilfe 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 da sieht doch immer aus boah was 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 aber das schreckt nicht vorbei ok nimm das nimm das in das knie ins knie ins knie ins knie ins knie nice das wollte ich nicht heute hier tonik wo ist er trinken besser muss er schreit dann kann ich nicht vorbei komm komm schrei 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 ja nimm das nimm das schrei nochmal schrei bitte bitte ich kann den kopf nicht treffen weil ich in der gleichen zone ist keine munition mehr auch munition ich hab bei der munition verschossen die chance nicht zu schießen was mache ich mit dem hilf mir kalt plüsch was mache ich jetzt ohne munition das ist einfach unverwundbar weil er nicht in der gleichen zone ist jetzt kann ich nicht angreifen jetzt könnte ich ihn angreifen ja komm bring mich um ich weiß nicht was ich machen soll kommt nimm mich fertig Okay, tauchen wir vorhin noch Munition bei Dings ein, weil wir können noch ein Magazin mehr mitnehmen. Aber jetzt müssen wir erst unsere ganzen Kochangelegenheiten erledigen. Mmmh, Fruitsalat mit Orange, wunderbar, Special Fruitsalat, Special Fruitsalat, okay Kaffee haben wir dabei. Dann braten wir jetzt noch unseren Reispudding, jay, blaue Pillen noch mal dabei, können Munition besorgen, wunderbar, laden wir mal nach, Chuck Gießen nicht vergessen. Hier, Chuck. Du bist die letzte Pflanze der Welt. Bestimmt. Ob man die Mietekasse geholfen hätte, die ich sie mir gefüttert? Ich weiß es nicht. Ne, ich will gar nicht raus. Wo komm ich denn jetzt raus, wenn ich hier durchgucke? Ah, Crab Check. Genau, jetzt muss ich die Fische nochmal töten und dann muss ich mir Munition besorgen. Das waren nicht alle. Ja. 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 Heben wir die Soda auf. Und jetzt besorgen wir uns erstmal Munition. Und du 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 du. Ich glaub am schnellsten ist, wenn wir hier zurückkehren. Da reingucken. Ja. Und Feuertreppe raus. Ganz Nemo. Henk, Henk, Henk. Alles gut, Henk? Alles gut, Henk? Okay, Henk. Navigate Henk. Na, alles scheiße. Ja. Ja Henk. Ja, tschüss, danke Henk. Ja Henk. Ja, tschüss, danke Henk. Ja, tschüss, danke Henk. Hier Henk. Ja Henk. Ja Henk. Ja Henk. Ja Henk. Ja Henk. Ich hab was Medizier für dich. Äh, vielleicht könntest du mich ja wieder retten. Danke, Bro. So, gib mir einen Clip. Oh, das sollte reichen. So, wieder hoch. Äh, ne, schlafen möchte ich nicht. Wobei, doch. So, kurz schlafen. Oh. Chuck, kurz wieder, äh, Wasser besprühen. Das müssen wir machen. What's up, Chuck? Oh, ne, geht's gut. Oh, da, ich hab kein Wasser. Ich hab Wasser. Chuck, geht's gut. Obwohl, ein guter Ort, um hier Schluss zu machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.